Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Streugutdienstags. Heute möchte ich euch unseren Lehner Öltiger vorstellen. Der Öltiger wurde speziell entwickelt zum Ausbringen von Ölbindemitteln, gezielt auf eine Arbeitsbreite von 50 cm bis maximal 2 m. Wie all unsere Streuer verfügt er serienmäßig über ein Bedienteil, was ich in der Fahrerkabine habe, an dem ich stufenlos meine Drehzahl vom Streuteller verändern kann für die Arbeitsbreite, sowie meinen Schieber auf- und schieber zu- machen kann. Das Schöne am Öltiger ist die Aufgabepunktverstellung. Hier kann ich direkt am Streuer meinen Aufgabepunkt verändern, sodass der Ölbinder unterschiedlich auf den Streuteller auftritt und dadurch die Querverteilung verändert wird. Das war wieder eine weitere Ausgabe unseres Streugutdienstags. Es würde mich freuen, wenn ihr mir einen Like da lasst. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Streugutdienstag. Bis dahin, alles Gute!